Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns die Dezentralisierungsfrage rund um Dogecoin an. Außerdem gucken wir uns vier Gründe an, warum der Bitcoin auf dem Weg ist, nicht nur die 38.000 US-Dollar zu halten, sondern eben auch das aktuelle All-Time-High überwinden könnte. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum Ethereum es hinbekommen hat, auf ein neues All-Time-High zu springen und warum wir sogar 2.000 US-Dollar sehen könnten. Bevor wir mit dem Video beginnen, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn die 68% von euch, die aktuell noch keine Abonnenten dieses Kanals sind, dies nun ändern, warum ich versuche täglich neue Videos zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen zu veröffentlichen und damit würden wir eine wunderbare Win-Win-Situation hinbekommen. Wenn ihr dieses Video außerdem jetzt schon gefällt, dann das doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um Dogecoin. Und der Dogecoin ist vor allem durch Elon Musk extrem in die Medien geschwappt. Wir haben überall Tweets, überall Memes und so weiter gesehen. Elon Musk ist quasi der selbsternannte PR-Manager von Dogecoin und schafft es jedes Mal wieder, den Dogecoin hier ordentlich zu beflügeln. Wir sehen also nicht nur an der Ecke einen unglaublichen Aufschwung, sondern auch an allen anderen Ecken und Kanten, denn der Bitcoin, der performt extrem gut aktuell wieder. Wir sehen Ethereum performt sehr gut und viele andere Top 10 bzw. Top 20 Coins performen ebenfalls sehr gut. In dem Fall, wie gesagt, geht es vor allem erstmal um die Dezentralisierungsfrage, denn wir sehen erst einmal, dass sich der Dogecoin sehr stark positiv bewegt hat. Innerhalb eines Tages hat sich der Preis verzehnfacht und wir haben es dadurch also natürlich hinbekommen, dass viele Investoren maximal davon profitieren konnten. Nun hat sich der CEO von Binance mit der Frage auseinandergesetzt, was es eigentlich für Vor- und Nachteile am Dogecoin eigentlich gibt. Was er auf jeden Fall positiv hervorhebt, ist, dass es eben kein echtes Kernteam gibt. Und das bedeutet, dass Dogecoin einen sehr starken Defi-Charakter habe, der extrem stark ausgeprägt wäre. Das große Problem ist aber vor allem das Thema rund um die Dezentralisierung, denn aktuell hält alleine ein Wallet knapp 27% aller Dogecoins. Und das heißt schon etwas. Und wir haben weitere Wallets, die nochmal insgesamt knapp die Hälfte aller Dogecoins halten. Also reden wir von knapp 21 Wallets, die über 50% hier verwahren. Und da ist natürlich die Frage, wie dezentral ist man dann wirklich? Diese Daten kann man auch relativ leicht auf der Seite blockchain.com überprüfen. Und da merkt man dann eben, dass eine einzige Adresse aktuell 36 Millionen Dogecoins von knapp 78 Millionen enthält. Und weitere Wallets eben auch 6- bzw. 7-stellige Summen hier halten. Und da ist natürlich definitiv die Frage, berechtigt ist denn tatsächlich der Dogecoin wirklich dezentral? Das sieht eher nicht so aus. Und die Frage ist natürlich auch, ob Elon Musk nicht vielleicht sogar selber ein Wallet hier verwaltet. Das wäre auch möglich, wobei er sich wahrscheinlich gar nicht um solches Kapital hier bemühen würde. Denn ganz ehrlich, Tesla funktioniert besser denn je. Und die Aktien sind zwar volatil, aber wir sehen eben auch hier, dass Elon Musk nicht ohne Grund der reichste Mann der Welt geworden ist. Deswegen ist es doch eher fragwürdig hier zu behaupten, dass Elon Musk sogar ein eigenes Wallet hätte, wo er dann eben über 20 oder 30% an Dogecoins hält. Das glaube ich eher nicht. Und ja, ob Dogecoin am Ende dann tatsächlich dezentral ist oder nicht, das ist schwer zu beantworten. Wenn man sich einfach nur diese 21 Wallets anguckt, dann würde ich eher sagen, nicht unbedingt. Denn man müsste natürlich viel größer flächig das Ganze verteilen. Aber man hat natürlich bei Kryptowährungen die Möglichkeit, mit unglaublich viel Liquidität eine große Menge aufzukaufen. Und wenn jemand sich frühzeitig dazu entschieden hat, das zu tun und davon jetzt so stark profitiert, dann kann man das natürlich nicht verändern. Und in dem Fall profitiert eben diese eine Person oder das eine Unternehmen gegebenenfalls davon. In dem Fall hat sich aber auch einer der Winkelwurst-Brüder dazu geäußert und sagte, Doge ist eine Form von Protest. Die Menschen sind des modernen Geldmonopols müde. Sie haben es satt, dass man ihnen sagt, was Geld ist und was sie damit machen dürfen. Lasst die Menschen selbst entscheiden. Und damit merkt man relativ schnell, warum Dogecoin denn unabhängig von der Dezentralisierungsfrage so wichtig ist und warum es in Zukunft dazu kommen kann, dass Dogecoin hier noch weiter anwachsen könnte. Was hörtet ihr von der ganzen Thematik? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Gucken wir uns das zweite Thema an. Und hierbei gucken wir uns vier Gründe an, warum der Bitcoin nicht nur die 38.000 US-Dollar halten soll. Sondern, wie wir es sogar hinbekommen könnten, in den nächsten Tagen und Wochen ein neues All-Time-High zu erreichen. Wir haben es ja mitbekommen, dass Elon Musk in den letzten Tagen es nochmal hinbekommen hat, den Bitcoin auf knapp 38.000 US-Dollar zu pushen. Heute haben wir das wieder durch einen gesunden Anstieg hinbekommen. Und es gibt nun insgesamt vier Gründe, die eben dafür sprechen, dass wir dieses Niveau halten können und dass wir in weiterer Folge weiter aufsteigen. In dem Fall wird hier der RSI-Indikator genannt. Dann haben wir hier den Miner-Outflow. Und wir haben natürlich den Exchange-Netflow und die Wahl-Akkumulation. Hier geht es vor allem um die Miner, die also Kryptowährungen abstoßen, um Börsen, die also immer weniger Kryptowährungen halten und natürlich um Wale, die also weitere Kryptowährungen kaufen. Und das Ganze wurde auch relativ gut zusammengefasst. Zum einen sehen wir, dass immer mehr Wale in die Märkte mit eintauchen. Wale sind letztendlich beim Bitcoin jedenfalls Unternehmen, Persönlichkeiten usw., die also 1.000 Bitcoins mindestens kaufen. So wird das meistens jedenfalls spezifiziert. Und hier sehen wir definitiv ein absolutes All-Time-High, denn allein in diesem Jahr sind über 200 neue Wale dazugekommen, die also unglaublich viel Kapital mitgebracht haben, um Positionen aufzubauen, weil sie natürlich renditeorientiert handeln und versuchen, das Bestmögliche aus ihrer Investition zu machen. Außerdem gibt es immer mehr Miner, die also ihre Kapital abstoßen, die also immer mehr ihrer Bestände wegwerfen, weil sie eben Gewinne mitnehmen wollen, weil wir gegebenenfalls auch aufgrund von dem chinesischen Neujahr eben Themen haben. Vielleicht auch Steuerlast, das kann man meistens nicht so richtig spezifizieren, warum letztendlich Miner das Kapital abwerfen. Aber auch das kann sich grundsätzlich positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken. Wir sehen außerdem den RSI. Der RSI ist aktuell neutral. Wir haben also einen Wert von knapp 50. In dem Fall misst also der RSI hier, ob der Markt überkauft ist oder eben nicht. Und wir müssten quasi auf 75 kommen, damit der Markt also anzeigt und signalisiert, dass der Markt überkauft ist. Und wenn wir einen Wert von 30 sehen oder unter 30, dann ist der überverkauft. Man sieht also, aktuell befinden wir uns in einer sehr neutralen Ebene und das wirkt sich natürlich auch auf den Bitcoin positiv aus. Natürlich nicht direkt, aber es zeigt eben an, dass hier noch einiges an Potenzial da ist, dass also auch der Bitcoin in den nächsten Wochen weiter ansteigen kann und dass eben auch neue Investoren theoretisch mit in den Markt investieren können. Denn wie gerade schon angekündigt, auch die Miner, die fangen gerade an, ihre Bestände abzustoßen. Das sehen wir hier relativ gut in der Grafik von CryptoQuant. Hier wird eben aufgezeigt, dass wir also immer mehr Miner haben, die ihr Kapital abstoßen. In dem Fall ihre Kryptowährungen. Die Frage ist eben, warum die das tun. Das ist natürlich, wie gesagt, schwer zu beantworten. Aber auf jeden Fall sehen wir hier einen weiteren Abverkauf. Und trotzdem steigt der Bitcoin aktuell wieder. Wir haben alleine in den letzten 24 Stunden ungefähr 2-3% Steigerung gesehen und ich bin persönlich sehr optimistisch, dass wir zum einen das Niveau halten können, aber auch, dass wir das Niveau weiter ausbauen können und tatsächlich nochmal die 42.000 US-Dollar angreifen werden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen entwickeln wird. Was denkt ihr über die vier Gründe? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Falls du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann solltest du dir auf jeden Fall die ersten beiden Links in der Videobeschreibung angucken. Zum einen habe ich dir absolute Bitcoin-Pflichtlektüre verlinkt und Blinkist, wo Fachsachbücher und so weiter zusammengefasst werden und damit kannst du dein Wissen wunderbar weiter ausbauen. Gucken wir uns das letzte Thema an. Und hierbei geht es vor allem um ETH, denn neben dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen performt Ethereum extrem gut und in dem Fall hat Ethereum sogar zwei neue All-Time-Highs hingelegt. Als allererstes muss man erstmal sagen, dass ETH sich unabhängig von ETH 2.0 prächtig entwickelt. Wir befinden uns gerade in der Preisfindung, denn ETH hat es das erste Mal hinbekommen, das alte All-Time-Highs überwinden. Das hat schon vor einigen Tagen stattgefunden unabhängig davon, sind aber nun die Höchstwerte wieder überschritten worden. Das heißt also, ETH ist aktuell bei einem Preis von knapp 1700 Dollar unterwegs, was natürlich extrem stark ist und das nachdem relativ einfach die 1600 Dollar überwunden werden konnten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Und es gibt eben einige Analysten, die davon ausgehen, dass wir theoretisch auch Werte von über 100.000 Dollar pro ETH sehen könnten. Das sehe ich vor allem in diesem Jahr nicht und ich denke auch, das wird noch einige Zeit dauern, bis das überhaupt greifbar ist. Auch bei Bitcoin ist das noch relativ weit weg, aber natürlich nicht unmöglich. Ich halte Werte von erst einmal 2.000 bis 5.000 Dollar für deutlich realistischer, aber darüber hinaus kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass wir auch Richtung 17.500 US-Dollar ansteigen könnten. Das ist nämlich das, was Michael van der Popp hier kommuniziert. Er glaubt nämlich auch, dass wir in dem Zyklus Werte von 10.000 bis 17.500 US-Dollar sehen können. Anschließend könnte es eine Korrektur geben und einen weiteren Bullrun. Ich bin sehr gespannt, ob er recht behalten wird. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass das zum Beispiel Grayscale auch wieder angefangen hat, ordentlich zu akkumulieren. Heißt also, sie haben alleine in den letzten 24 Stunden nochmal über 47.000 ETH aufgekauft. Und das zeigt natürlich auch, wie relevant ETH einfach im Cryptospace so ist. Was denkt ihr also? Wird ETH hier neue Höchstwerte aufstellen und sogar in den kommenden Wochen die 2.000 Dollar erreichen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.